Okay, Pinzette. Fantastisch. Mach ich schnell wieder zu, damit es nicht auffällt, dass wir was rausgenommen haben. Okay, das Ding können wir nicht aufmachen. Geht hier sonst was? Eher nicht so. Okay. Oh, voll gut. Wir haben die Map einfach auf Rechtsklick. Das ist eine gute Sache. Warum können wir in die Küche? Warum haben wir Zugang? Naja, egal. Oh Gott, wir brauchen ein Pack-Game. Wir brauchen eine Chefmütze auf jeden Fall. Eine Stoppuhr, ein Glas. Brauchen wir Thumbs Up? Nee. Anker, Löffel, Parkverbotszeichen. Das hängt in jeder Küche. Ein Sparschwein. Was auch immer ein Pack-Game ist. Äh, das ist das hier. Eine Ente. Knoblauch. Der Anker ist hier. Was sind Tonks in dem Fall? Das ist irgendein Werkzeug, glaube ich. Grim Legend 1 und 2 waren weit besser als das. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hier ist die Piggy Bank. Hier ist die Stopwatch. Hier ist die Ente. Das sind die Tonks. Eine Armbanduhr brauchen wir noch. Äh, Armbanduhr, Armbanduhr. Ist das die Armbanduhr? Tatsächlich. So, Glas und ein Löffel. Ist das... Das ist nicht der Spoon. Das ist der Spoon. Und das ist das Glas. Und ja, da ist ein Elefant im Waschbecken. Warum auch immer. Okay, wir haben einen Löffel mitgenommen. Aus Gründen. Keine Ahnung. Oh Gott, können wir da auch noch wimmeln? Nein, da kocht jemand Eier. Ich bin nicht bereit für ein properer Essen mit Robert. Aber ein gebringes Eier könnte den Platz. Zu schlecht, dass das Wasser in das Wasser mein gesamtes Arm schuldet. Wo, dass wir den Löffel haben. Der Spoon doesn't reach. Wie hoch ist denn der Topf? Ja, ja, okay. Das ganze Pacing von diesem Spiel ist fantastisch. Ich kann mich vor Spannung kaum auf dem Sitz halten. Weil ich gleich einschlafe und runterfalle. Wir brauchen einen Salzstreuer. Einen Dosenöffner. Oh Gott, warum? Brokkoli. Wir brauchen Brokkoli. Ich hab schon mal einen Frosch gefunden. Wir brauchen einen Wal. Ein Armband. Ein Boot. Wir sind auf einem verkackten Boot. Warum muss ich auf einem Boot ein Boot suchen? Ähm, ein Kaktus. Das ist eine Gurke offenbar. Ich hoffe, einfach am Ende sinkt das Schiff und die Dame verreckt ihr denn nicht? Ja, es wäre tatsächlich nicht schade. Äh, was ist das hier? Oh, wir haben die Ratte gefunden. Okay, ich dachte, ich klicke einfach mal. Ich hab den Brokkoli gefunden. Jawohl. Wir brauchen jetzt zufällig Lipstick. Ich brauche auf jeden Fall diesen gigantischen Hut. Und dieses Kissen. Und den Wal. Und, äh, kein Plane. Ist das der Salt Shaker? Jawohl. Seil. Ist das... Das ist das Seil. Das ist das Boat. Äh, Dosenöffner. Armband und Kaktus. Hier ist der Kaktus. Hier ist das Bracelet. Und der Dosenöffner ist nicht das hier, ne? Ne. Was ist das? Kein Dosenöffner. Das ist ein Schraubenzieher. Den braucht man in jedem guten Wimmelbildspiel. Aber das ist nicht der Dosenöffner, den wir brauchen. Okay, der Dosenöffner ist zwar auf der einen Seite auch ein Flaschenöffner, aber passt schon. Wir nehmen den Salzstreuer mit? Von all diesen Dingen nehmen wir den Salzstreuer mit? Okay. Was für ein Pisser. Ist das ernsthaft ihr Mann? Ich meine, gut, es ist 1912, aber... Also... Was für ein Wichser. Ähm... Wie sieht's denn hier aus? Können wir hier an die Schränke ran oder so? Ne. Na, Sekunde. Nochmal kurz die Zimmertür vernünftig zumachen, bevor die die ganze Zeit im Hintergrund rumbollert. So. Oh Gott. Irgendwie hab ich jetzt schon Bock auf einen Schnaps. Ich muss das in einem anderen Weg nutzen. Okay. Ähm... Oh, Alter. Why? Ja, it's a bird's nest. Kann ich... Ich glaube nicht, dass das in... Okay. Ja, ist ja gut. Ich wüsste aber gerade nicht, was wir sonst mit diesen drei Items machen sollten. Weil hier geht tatsächlich nix. Aber kann ich nicht einfach das ganze Ding in das Bird's Nest setzen? Ich kann wahrscheinlich nur den Vogel reinsetzen, okay. Kann ich ihm nicht einfach... Ich dachte, ich könnte ihm vielleicht einfach was anderes in die Kralle geben, damit er sich daran festhalten kann. Aber nein. Okay, was geht denn hier noch so um? Ich meine, hier ist natürlich auch das... Ach, wir haben hier unten so einen Backbutton, den sehe ich jetzt erst. Ähm... Wir haben hier unten natürlich so ein Riesenaufgebot an... ...Dingen, mit denen wir halt nichts machen können. Wir können den Salzstreuer da reintun. Aber warum sollten wir das wollen? Oh Gott, ich sollte nicht den Backbutton benutzen. Das ist einfach unnötig, langsam. Okay. Hier geht sonst aber auch extra gar nichts. Können wir Robert oder wie auch immer er heißt, das Essen versalzen? Kamin geht nichts mit den Pflanzen. Also wir haben hier exakt die beiden Dinge. Wo wir aber offenbar noch irgendwas anderes für brauchen. Oh Gott. Hilfe. Was habe ich da ausgegraben? Ja, nee. Okay, wir können ihm auf jeden Fall nichts geben. Salz in das Wasser von den Eiern. Kann ich da überhaupt noch hin? Also ich wüsste ganz ehrlich nicht warum, aber... Wobei Salz hat eine erhöhte Siedetemperatur. Vielleicht forcht es dann nicht mehr. Nein, dann schwimmen die Eier oben. Es... Ja. Natürlich. Natürlich. Weil andere Dichte und so. Gott, ich habe den Backbutton genommen. Warum? Es ist so langsam. Was? Okay. Und jetzt? Jetzt ist das Vieh doch da trotzdem nicht los, oder? Ich meine... Was? War vor dem Kamin nicht der Vogel? Ja, ja. Der Vogel sitzt hier. Aber der lässt halt nicht los. Der hält sich halt immer mit einem Dinget fest. Und ich schätze, wir müssen den schon irgendwie wieder hochbekommen. Warum auch immer. Niemand weiß das so genau, aber... Nee, der macht leider nicht die Fliege, bedauerlicherweise. Ähm... Was können wir mit der Pinzette machen? Also ich kann spaßesalber nochmal mit der Pinzette da ran, aber... Da es die ersten fünfmal nicht geklappt hat, mache ich mir da jetzt wenig Hoffnung. Oh, ich wünsche, ich könnte diese Fading-Animation abbrechen. Das ist die Hälfte der Spielzeit. Das ist die Hälfte der Spielzeit. Okay, in der Kumbüse geht tatsächlich einfach mal gar nichts mehr. Kaffee konnten wir auch nur mit Robert sprechen. Ich meine, wir haben das Teil hier noch, wo wir immer noch draufklicken können, warum auch immer. Das Einzige, was wir hier anwählen können, ist ja auch das Dinget und das ist ziemlich offensichtlich leer. Es hat noch einen weiteren Knopf. Lipstick. Okay. Jetzt haben wir Lippenstifte. Das bringt mich inwiefern weiter? Können wir jetzt das Ei anmalen? Ist ja schließlich Ostern. Nein, noch nicht ganz, aber... Also... Wir können ihm wahrscheinlich einfach in die eine Kralle den Lipstick geben, weil der ungefähr das gleiche Format hat. Bescheuert. Warum wir jetzt das Ei da reinpacken mussten, weiß auch niemand, ne? Und der Lippenstift ist auf magische Art und Weise verschwunden. Was haben wir hier? Ein secretes Passage? Ich bin ein inquisitive Kind von Frau. Mal sehen, woher das führt. Fünf Minuten später. Ich bin Dean Tavaloris, und du hast mein Privat Sanctum entgegennt. Ein, das ich in den Planen des ganzen Inception des Schiffs. Du in den Planen des Schiffs? Also, nicht genau. Ich wurde als ein Steiner-System. Ich wurde in charge of all die less glamourous aspects of Schiff-Bilding. Plumbing, Cargo-Holds, Engines, das Kind of Thing. Ah, so you slipped in a little private stateroom for yourself, and now you're a stowaway on your own ship. Is that it? What I have built here is a network of halls between halls that I may bear witness to history in the making. I silvered mirrors on several decks so that I can see out, but nobody can see in. To each his own, I suppose. I'll be leaving now. Most certainly. Oh, but you cannot leave the way you came in, I'm afraid. One-way door. I should have guessed as much. So how do I get out of here? Down the second hallway. There's another mirrored door, which opens into the first class park. Just try not to be seen leaving, or we'll both end up in the stockade. Was? Was? Okay. Also einer der Architekten der Titanic hat, äh, ein geheimes Netzwerk von Räumen und Gängen in die Titanic gebaut. Und, äh, die Türen sind jetzt diverse Spiegel, durch die man raus, aber natürlich, was? Es sind halt so Spiegel wie in Verhörräumen, wo man halt nicht raus, aber reingucken kann, ne? Ähm, ne, was? Aber Hauptsache, wir räumen erst mal unter seinem Bett auf. Das ist ganz wichtig. Zumindest sammeln wir die Streichholzer weg, sobald die Failing-Animation fertig ist. Okay, das waren drei. Wo sind die restlichen sieben? In der Schachtel. Okay, fehlen noch vier. Da ist noch eins. Ich habe schon erwähnt, dass das alles unfassbar klein ist. Okay. Uh-huh. Will be. Will be. I closed the vent. I opened the vent. I closed the vent. Da kann man super, ähm, IBM-Song von machen. Einfach das rein sammeln, das geht. Können wir nicht... Pipe-Segment. Was? Das gehört total da drauf. I closed. Ich brauche das in einer anderen Weise zu nutzen. Okay. Okay, wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Rohrteile, weil die gerade alle nicht passen. Äh, wir gehen einfach erstmal. Oh Gott. Navigate through the maze using the mouse or keyboard. Wow. Das war toll. Okay. Pipe segment. Hooray. Warum fehlen hier auf dem halben Schiff Rohre? Kein Wunder, dass das Ding abgesoffen ist. Hier fehlen überall Rohre. Was zur Hölle? Okay, das ist nicht... Ja, ja. Okay. Close the wind, open the wind. Wir gehen erst nochmal weiter. So, dass du ein spannender Story verpasst hast. Nichts. Oh, ernsthaft? Nochmal? Hoffentlich müssen wir das nur einmal machen. Also, jeweils für den Bereich, wo wir hinwollen. Das ist nämlich echt nicht spannend. Ich brauche mal die Richtung in die Richtung. Füße rein und ich es dir raus.. Nein. 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 Wenn ich wenigstens wüsste, in welche Ecke man muss... Äh... Wait... Also, das ging beides nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja... Ok...